so neue map neues glück ich bin hier noch mal abschluss bestätigt macht laune macht laune macht laune ich habe immer noch die kriegsmaschine die ist echt geil auf jeden fall besser als die sense sense hieß er die sense war nicht so cool eigentlich so schon mal passiert vielleicht kann ich wieder einen platz an der spitze ergattern oder auch elendig versagen kontakte ist ja nicht nur ganz cool mit ganz gut so los da stehen wir schon die gaff hat da eben eine sniper oder weil wenigstens ist es die kriegt wenigstens etwas so kommen wir hier los ist blablabla geht jetzt nicht lang hier ist er gestorben was war das sehr schön abschuld bestätigt hey bist du gerade auffällt ich habe in der letzten runde meine vorräte gar nicht genommen ich habe mir vorräte erspielt das fällt mir jetzt erst auf dass ich die gar nicht benutzt habe ich idiot naja ich weiß weiß ich wie ich jetzt darauf komme aber egal sagt jetzt habe ich auch schon wieder vorräte ja 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 aber ich muss erstmal weiter hier eine hoffnung dass ich vielleicht noch mal hier ein zwei kids machen kann ach dieser blöde camper so jetzt schön aufpassen dass mir hier keiner die vorräte klaut dann fertig pissig ja er denn ist das ein hurensohn alter habt ihr euch das mal reingezogen was ist denn das für ein hurensohn ich habe die überhaupt nicht geteilt dass dieser spaß da ist das eine hässliche fotze also warte regt mich ja richtig auf digga was sind denn das für kameradenschweine ist das asozial so ein penner folgen wie eiskalt ist wie eiskalt der das gemacht hat der wichser er denn der schwanz lutscher naja kann man nicht ändern wenn man mit so voll opfer zusammen spielt passiert das finde ich hier gerade keine gegner wurde der jetzt ab dem ballert ja kriegsmaschine vorräte von oben jetzt ist hier leider ein bisschen feindliche ist hier oh 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 ach schade therefore so schade oh 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 verdammt gleich wieder ins feuer hier ran wär da naja zweiter ach guck mal der erste ist ja 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 wo sind die wunderschönen gucken ob hier ich kann mir die schütter etwas los so muss ich mir jetzt gehen nach der tue sich doch sehr nicht nein egal was ich habe vorräte so die holt sich jetzt hoffentlich keiner heute der sich schon wieder meine vorrede gut ist bloß ein schwuler dart die mag ich ja nicht so hier lang schicken glück feindliche drohne nähert sich so weiter und wann bitte ach von da oben das spinnt wohl ach dieser blöde geist ich hoffe irgendjemand holt ihn runter jetzt muss ich mal ein bisschen hier in dem haus bleiben scheiße habe ich mich jetzt dachte ich habe mich selber damit umgebracht feindliche drohne nähert sich für die map ist natürlich jetzt hier nicht perfekt der kriegsmaschine sagt zerstört sehr schön alles vom hübel geholt erstmal so jetzt kann man ganz in ruhe weitermachen komm holst du da lag ihn da lag ihn war scheiße oh 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 ach scheiß zerbrus 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 zack leider nicht mehr holt ja level 39 zerbrus ab jetzt bräuchte man hier noch hier steht man immer unterwegs da hat sich jemand einen tritt verdient es ist sehr schön weiter gegen hier oben gucken so da ist jeder ah man 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 natürlich durchschniegelofen hier passen wir auf uiuiui nicht mehr digga nicht ein zweites mal hier sind ziemlich wenig im gang eine sind die immer mehr so verdammter dreck alter er hat einen von die abschüsse so versuchen wir noch mal mit der kriegsmaschine herum zu spielen sagt läuft schön ohne gesicht na los sagt vorräte in bereitschaft ja hu 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 die macht halt da ja nicht schlecht einst der brust einlassig mal da laus oder mache ich meine vorräte leider ist die runde welt vorbei war digga war aber nicht schlecht nein nein ja mein servus macht mit alter sehr geil vielleicht kann ich noch meine vorrede holen mal sehen dreck sag 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 ach schade aber was eine gute runde alter zum schluss noch mal richtig gut abgegangen eigentlich leider hat es nicht gereicht aber platz 1 platz 1 war wieder sehr gut so leute ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen seit beim nächsten mal auch wieder mit dabei da machen wir weiter haut da rein leute ja